Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Info-Video von Medium in Minecraft.de So, heute wollte ich nur mal eben sagen, also eine Ankündigung, dass ich bald einen Server machen werde und der ist, also, sagen wir mal, ne, sagen wir mal 10% fertig oder sogar weniger wird vielleicht übernächsten Monat oder nächsten Monat da sein das heißt, ja, wir können dann daraus spielen, das werden Minigame-Server mit DayZ mit Waffen dann noch Survival Games mit Waffen, One and a Chamber halt nochmal mit Bogen und so weiter blockern, also halt ein Sieg und noch ein Hexe-Server mache ich auch irgendwann nochmal und dann würde ich sagen, das war jetzt ein sehr kleines Video, halt ein kleines Info-Video zu meinem Server der ist dann bald auch Server, der ist bald auch dann fertig in übernächsten Monat oder so ungefähr weil mein Developer gerade noch das Plugin-Code, ich werde für ihn werben wenn er einen YouTube-Channel hat, dann werde ich ihn unten in die Beschreibung packen und könnt ihr ja auch mal bei ihm vorbeischauen kostet 15 Euro Plugin, kommt auch an wie gut das ist, denke ich mal für mich macht er halt gerade das DayZ Plugin und zwar kostenlos, das finde ich schon nett also gut, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal, abonniert ihn und tschüss bis zum nächsten Mal, abonniert ihn und dann